Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen TechnikVT-Video. Es wird heute für meinen Testbericht zum Huawei MateView GT, einem 34 Zoll Curved Gaming Monitor von Huawei oder auch von Huawei. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat Huawei einen stinknormalen Standard-Büro-Basismonitor vorgestellt. Dieses Jahr haben sie zwei neue Monitore rausgebracht, einmal ein 28 Zoll 4K Monitor mit einem interessanten 3 zu 2 Seiten Verhältnis, aber dann auch diesen MateView GT Gaming Monitor, wo sie sagen, hier guck mal, 165 Hertz, Curved, Soundbar integriert, blink, blink und kostet 550 Euro. Vor einigen Wochen gab es ja das Huawei Event, wo sie dann auch andere Sachen gezeigt haben, aber da habe ich gesagt, hey Gaming Monitor, schick doch mal ein, zwei oder drei. Die hatten ja die da so im Dreierverbund angeordnet, aber einer war in der Post, bevor jemand schreit, der geht auch wieder zurück an Huawei, keine Sorge. Ich habe mir den jetzt aber mal ein bisschen in Ruhe angeguckt und das war auch ganz gut, dass ich mir ein bisschen Zeit gelassen habe, aber der Reihe nach. Ich habe ihn ausgepackt, der kommt natürlich 34 Zoll Curved, das ist ein großes Paket, also das muss ja auch irgendwo hin. Einrichtung, easy, wir haben den Standfuß, ist ein Teil, nichts mit Schrauben, überhaupt nichts, er wird unten reingeklackt und fertig, dann steht er. Jetzt ruft natürlich der eine oder andere, was ist, wenn ich ihn nicht hinstellen möchte, sondern an eine Halterung an die Wand tackern möchte. Ja, Wesehalterung, 100 mal 100er ist hinten auch verfügbar. Interessant, wir haben ein Netzteil mit, steht zumindest drauf, 135 Watt dabei und als Anschluss für die Stromübertragung USB-C, wo ich ja sonst immer dachte, Moment, war da nicht bei 100 Watt Schluss, aber anscheinend, wenn man es nur für Strom nutzt, dann gilt das auch so. Kabellänge erfreulich gut, das sind in Summe, sind zwei Teile, einmal sozusagen der Stecker zum Netzteil und vom Netzteil zum Monitor, das USB-C-Teil. Die Hälfte kann ich nicht austauschen, das andere aber schon. Das sind in Summe fast drei Meter Kabellänge. Gut zugegeben, man hat in der Mitte dann halt das Netzteil da baumeln, je nachdem, wo es ist, aber ich komme zumindest mal auf erfreuliche Längen, sage ich jetzt mal, also das dazu. Ansonsten ist das Zubehör noch dabei, USB-C zu USB-C-Kabel, relativ kurz. Ein Displayport-Kabel, auch hier wieder relativ kurz. Und noch ein USB-C zu normal USB für, ich glaube, Audio oder sowas. Als Anschlüsse haben wir hinten zweimal HDMI, leider nur 2.0, wo ich mir denke, hey, gut, vielleicht für den Preiseinstieg, ja, aber ich meine, wenn ich da 165 Hertz Gaming-Monitor sage, 2.1 HDMI, wie wäre es? Displayport ist einer da, 1.4, zwei halt USB-C-Ports, wobei halt einer fürs Netzteil ist, für die Stromversorgung, der zweite aber dann auch für die Bildübertragung sein kann. Ich habe nämlich natürlich hauptsächlich zum Gamen, zum Zocken, meinen Windows-Rechner dran angeschlossen, aber ich habe auch das MacBook angeschlossen, MacBook Pro, jetzt kommt es. Also Bildübertragung über USB-C ist kein Problem, ich kann es dir mal ganz kurz zeigen. Bedienung ist hier über ein Steuerkreuz, beziehungsweise so ein Joystick-Ding, wenn ich dann mal eben ganz fix auf USB-C rüber wechsle, dauert natürlich ganz kurz, aber bam, zeigt ja auch alles da, auch mit Auflösung und was nicht alles. Jetzt kommt es aber, worauf ich hinaus will, das MacBook Pro wird auch mit Strom versorgt und zwar so genug, dass es im normalen Betrieb auch nicht leer geht, beziehungsweise dass der Akku nicht gebraucht wird. Huawei sagt aber, dieser USB-C-Port ist für externe Stromversorgung nur für 10 Watt. Das kann irgendwie nicht stimmen, sonst hätte mein MacBook irgendwann, naja, wird halt mal die Akkuladung verlieren, weil diese 10 Watt definitiv nicht ausreichen, um es zu befeuern, aber seltsam. Aber es geht, also das vielleicht nur dafür, für die Anschlussnummer. Und ansonsten haben wir noch einmal einen Klinkenanschluss nochmal für Sound, also für Soundbar. Das so für die Einrichtung, für die Anschlüsse, was alles mit dabei ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, erfreulich, einfach, vom Aufbau her, netzlange Kabel, aber dann die beiliegenden Zubehörkabel, ich glaube, das sind maximal Meter oder sowas, da haben sie wieder gespart. Aber muss man ja nicht motzen. Dann, das, wo ich aber motze wieder, oder wo ich jetzt, ihr seht es ja, als kabelmäßig. Ich meine, bei mir ist eher kreatives Chaos angesagt. Ich habe ja auch noch meine anderen Moniteure und, 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 und. Wo jetzt der natürlich auch vorstand die ganze Zeit. Ich habe, was ich sagen will, mich stören Kabel nicht oder Zeug nicht. Ich kann das wunderbar ausblenden. Was das Ding aber nicht hat, ist eine Kabelführung. Und ich habe ja eigentlich immer zwei Kabel, weil ich habe ein Stromkabel, was immer nur für Strom ist, nicht für Bildübertragung. Und dann natürlich nochmal das für Displayport, HDMI, USB-C, nochmal für die, naja, Bildübertragung. Aber ich habe halt keine Kabelführung am Ständer. Der Ständer selber, Verarbeitung, passt alles. Hier wackelt nichts, hier knarzt nichts. Vor allem wackelt das Ganze auch auf dem Tisch nicht. Dadurch, jetzt kommt nämlich das Nächste, dass wir hier unten in diesem Monitor direkt so eine kleine Soundbar integriert haben. Das ist das, was hier leuchtet. Keine Sorge, wer jetzt die ganze Zeit denkt, oh Gott, es leuchtet, konnte ich wunderbar ausblenden. Ich bin ja auch jemand, der auch eine Tastatur, die die ganze Zeit Disco fährt. Störte mich das gar nicht. Wie gesagt, ich kann sowas wunderbar ausblenden. Man kann das Leuchten aber deaktivieren. Es gibt hier unendlich viele Leuchtmodi, die man da hinterlegen kann. Von Wellen, von Pulsieren, Einfarbig. Man kann das ganze Leuchten aber auch deaktivieren. Dadurch, dass aber hier die Soundbar oder diese Leuchtbar da unten mit drin ist, wackelt hier alles nichts. Also da wackelt nichts. Also auch wenn man immer Tipp da auf den Schreibtisch haut, das Ding steht echt solide. Das wollte ich dazu nur sagen. Anders als dieser Stuhl, der schon wieder anfängt zu knarzen. Ansonsten habe ich Höhenverstellbar. Ja, vor allem viel. Vor allem, ich kann es auch ganz ziemlich flach runterpacken, wenn ich das denn möchte. Es ist ein bisschen, ganz wenig nach vorne neigbar. Dafür mir nach hinten neigbar, wo ich mir denke, wieso? Und wer jetzt fragt, schwenkbar? Nein, schwenkbar ist er nicht. Wobei ich das von der Konstruktion ein bisschen verstehe. Mit der Soundbar, da muss ja auch geguckt werden, dass der Ton einen richtig trifft. Und gerade bei Curved sitzt man ja in der Regel genau in der Mitte, dass man dann das ganze Ding, die ganze Konstruktion bewegen muss. Da motze ich nicht neigbar, äh, nicht schwenkbar, motze ich nicht rum. Haben wir eine Webcam drin verbaut? Nein. Aber wir haben Mikrofone, zwei Mikrofone, um das direkt mal vorwegzunehmen. Die gehen okay, um da mal ganz kurz eine Sprachnachricht oder kurz zu telefonieren, wenn man das am Rechner machen möchte. Was weiß ich, ein Skype-Call oder sowas. Oder wenn man halt was, Zoom oder irgendwas ohne Webcam macht. Ja, da braucht ihr aber eine stille Umgebung. Ich käme nie im Leben darauf, was Aufwendigeres oder was Höherqualitatives oder was Längeres jemandem diese Mikrofone zuzumuten. Das nicht, aber für mal ganz kurz, ohne dass ich ein Headset aufsetzen muss oder nur mal ganz kurz was sprechen muss. Wobei mir wirklich kein Szenario einfällt, geht's in Ordnung. Aber für alles, wo man sowieso eine Webcam braucht, um längere zu quatschen oder Sprachnachrichten zu überschicken, ne, das ist dann eher nicht Spielerei. Dafür sind es ein Ticken zu gut. Aber der Sinn ist jetzt noch nicht so wirklich da. So, was habe ich jetzt mit diesem Monitor gemacht? Natürlich, wie gesagt, der stand jetzt hier, hauptsächlich mit dem Windows-Rechner, andere Sachen daran angeschlossen und ich habe ihn normal genutzt. Da fällt jetzt Folgendes als allererstes auf. Denn wir haben eine Auflösung, deswegen habe ich hier die Daten, weil diese krummen Zahlen bin ich kein Freund von, 34 Zoll bei einer Auflösung von UWQHD, was 344 mal 1440 ist. Kann ja jetzt jeder mal fix rechnen, auf welche, naja, wenn man das runter bricht, auf was auch immer man da kommt. Es sind aber knapp über 100 ppi. Jetzt klingt das wenig, weil wir jetzt ja die ganze Zeit von unseren Smartphones und was nicht alles gewohnt sind oder Tablets. Die heilt man aber ja deutlich näher von Rüssel. Hier, guckt mal hier, ab ausgestreckter Arm und ich bin immer noch nicht da. Habe ich ja eine ganz andere Entfernung zu den Augen. Deswegen braucht man da diese hohen Punktpixeldichte Zahlen. Deswegen muss es ja nicht so scharf sein, weil über den Sitzabstand oder den Augenabstand brauche ich ja nicht so viel. Jetzt kommt es aber, jetzt sind wir bei knapp über 100 ppi. Jetzt bin ich ja hier so ein Bonzel, der hier mit 4 4K-Monitoren sitzt, wo natürlich nochmal der Abstand ein bisschen heller größer ist, aber das sind alles 27 Zoll. Wenn ich 27 Zoll bei der 4K-Auflösung runterrechne, komme ich, glaube ich, auf gut 160 ppi. Das ist für mich erstmal eine Umstellung gewesen. Das möchte ich damit sagen. Es wirkt natürlich nicht so scharf, wie wenn man 27 Zoll 4K macht oder sowas. Darauf möchte ich einfach hinaus, weil wir haben ja keine 4K-Auflösung. Es ist weniger als 4K, aber größer als 27 Zoll, die man sonst gewohnt ist. Oder von mir aus auch, wenn man Huawei diesen anderen MateView-Monitor nimmt mit den 28,2 Zoll bei einer 4K-Auflösung. Das ist schärfer. Man kann sich aber daran gewöhnen. Ich persönlich bräuchte aber schon sehr viel Sitzabstand, um das dann so richtig cool zu finden. Jetzt sagt der eine oder andere, Ja, aber Faultier, du hast 34 Zoll, es ist curved. Natürlich brauchst du Sitzabstand, sonst stehst du da so davor. Ja, das stimmt. Ich will nur, dass ihr das im Hinterkopf habt, was die Auflösung, was die Schärfe angeht. Ihr braucht einen guten Sitzabstand, vielleicht tiefen Schreibtisch oder wo auch immer man es hinstellt, damit einem das nicht großartig negativ auffällt. Oder dass man da dann sagt, wenn ich hier mit Sonstigen, wo ich sonst, äh, komm mal eben wieder her. Also was weiß ich hier, Texten oder sowas, dann komme. Okay, dunkelt jetzt gerade ab. Der Monitor ist auch ziemlich hell eingestellt. Natürlich kann ich damit auch genug lesen oder sowas. Natürlich habe ich hier auch genug, um Excel-Tabellen mir anzugucken. Ich sehe jetzt gerade, vielleicht sollte ich den Monitor mal einen Ticken weniger hell machen. Da hört ihr nämlich, oder merkt ihr das nächste direkt schon mal. Er hat keine automatische Helligkeitsregelung, was ich mir wünschen würde. Denn die maximale Helligkeit ist eigentlich gut von dem Ding. Es ist ein mattes Panel, was hell genug wird, für wo ich mir denke, okay, ich habe Tageslicht, ich habe Lampen, ich habe keine Reflexion. Helligkeit war bei dem Monitor nie ein Problem. Also das vielleicht dazu. Jetzt zu den Excel-Tabellen. 24 Zoll, da will man natürlich nicht nur eine Seite haben, da will man mehrere Sachen haben, mehrere Surffenster, was auch immer. Mein Lieblings-Schreibtisch-Argument ist immer Excel, um da mal ganz kurz zu zeigen. Da komme ich von Zeilen 1 bis 56 und von Spalte A bis U. Und das halt zweimal, wenn das ein oder anderen vielleicht interessiert. Wenn ich dann auf Vollbild gehe für eine Excel-Tabelle, dann bleibt es bei der Y-Achse natürlich bei 56 rein. Bei A geht es aber bis AP sogar. Und noch so ein Ticken danach noch von A bis Q. Also so ein Ticken dann. Vielleicht nur so für die, wie viel Platz, wie viel kriege ich denn da drauf? Oder halt von den mehreren Webseiten, muss ich jetzt auch keinem erklären. Problemlos, zwei nebeneinander oder so. Ja, ja. Ist natürlich ein bisschen kleiner, als wenn man das von einer normaler Full-HD-Auflösung kommt. Geht aber in Ordnung. Kann man sich dran gewöhnen. Von den Farben passt das auch alles. Und jetzt sagt der ein oder andere, boah, fault hier. Das ist ein Gaming-Monitor. Hast du damit auch gezockt? Ja, natürlich habe ich damit gezockt. Ich habe meine Dünnbrettbohrer-Spiele gemacht. Das heißt, alles, was Battle.net, was Blizzard einmal zu bieten hat. Das so als Standardzeug. Was ich natürlich auch mit meiner Hardware so gerade noch hinkomme. In diese Bahn von Richtung 165 Hertz. Wobei, ich glaube, richtig ausgereizt habe ich es nie. Dafür schraube ich dann lieber wieder die Auflösung. Ja, sowieso. Aber auch die Details und sowas ein bisschen höher. Es sah aber alles schön aus. Damit zu zocken, war eine Freude. Gar keine Frage. Aber wer mich jetzt fragt, merkst du einen Unterschied zwischen 120, 144, dann 165 Hertz oder sowas? Haben wir ja bei früheren Monitoren auch gehabt, die dann noch einen Overdrive-Modus hatten oder sowas. Es ist flüssig. Es ist supidupi flüssig. Und am MacBook vielleicht das als Info. Das befeuert das Ganze über USB-C mit den 100 Hertz. Das ist noch etwas, was mir noch aufgefallen ist. Aber vom Zocken hat das alles gepasst. War flüssig. Man merkt, es ist ein schnelles Panel. Hatte ich da jetzt irgendwelche Schlieren, irgendwelche Latenzprobleme, wo ich mir denke, nein, da bin ich aber auch nicht derjenige, der das vernünftig beurteilen kann. Wenn der hier vielleicht einen Pro-Gamer mit einem vernünftigen Spiel hinsetzt, der merkt davon was oder irgendwie krasses Messequipment hinsetzt. Für normales Gaming-Level hat das ja gepasst. So, also das vielleicht da. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Konsolen kann man ja auch da anschließen, aber wir im Hinterkopf haben. Ich meine, die Xbox. Die unterstützen ja noch gar nicht mal 165 Hertz. Wird ja noch nicht mal ausgereizt. Dann HDMI 2.0, aber nicht 2.1. Das vielleicht auch noch mal im Hinterkopf behalten. Von den Farben, von den Blickwinkeln, was ich hier habe, war das okay. Und ich meine, gerade wenn man ja hier links und rechts immer hin und her gucken muss. 34 Zoll in der Breite ist wirklich das. Ich bin kein Freund von Curved. Aber ja, ich sehe den Vorurteil von Curved. Das hatten wir letztes Jahr mal mit diesem riesen Bell-Oschi, wo ich mir gewünscht hätte, der wäre Curved. Hier ist es, wo ich mir denke, ja, gerade um die Ecken, um den Augenabstand, damit man nicht immer das Gefühl hat, man hat unterschiedliche Entfernungen, haut das dann wieder hin. Also Farben passt alles. Was ich aber machen konnte, beobachten konnte, von Filmen, von Helligkeit, von Ausleuchtung, ist, wie gesagt, Helligkeit, Farben, Blickwinkel passt. Aber jetzt kommt es bei Dunkelheit, absoluter Dunkelheit, wenn es mal richtig dunkel ist abends, habe ich hier einen Lichthof, da so ein bisschen Lichthof, hier einen Lichthof. Das ist aber nur im Test-Szenario. Wenn ich es darauf anlege, volle Helligkeit, schwarzes Bild, dann sehe ich diese Lichthöfe im normalen Alltagseinsatz. Auch im, ich sage mal, im Nachteinsatz fallen die nicht oder sind sie mir aktiv nicht aufgefallen. Das gleiche gilt für Schatten Richtung Rand. Gerade auf der linken Seite habe ich auf der hier viele Ausleuchtungs-, naja, Schatten halt am Rand. Es sieht jetzt nicht hundertprozentig ausgeleuchtet dann mehr. Es ist dann, aber es ist wieder so Zeug. Da muss ich genau hingucken, um das dann zu sehen. Da muss ich mich teilweise darauf konzentrieren. Rechte Seite ist sauber. Denke ich mir auch, könnten Produktionsschwankungen sein. Es fällt hier aber auf, wenn man einmal hinguckt, aber halt nur auch mittig, nicht in den Ecken. Aber ich möchte es halt erwähnt wissen, es ist da. Es ist halt nicht, wo ich mir denke, super, aber dadurch, dass es nur an einer Seite ist und an der anderen Seite nicht und dass auch die Lichthöfe nicht überall gleich verteilt sind, sondern da und da dann aber nicht. Wie gesagt, könnten wieder, kann man ja bei so vielen Sachen Produktionsschwankungen oder sowas. Aber ja, hat dieses Ding. Aber im normalen Alltagseinsatz, Farben, alles, motze ich nicht rum. Wo ich rummotze, ist die Soundbar. Da heißt es zweimal 5 Watt. Das sollte eigentlich schon jedem sagen, boah, da ist eigentlich jeder immer so ein Echo Dot, klingt besser als das Ding. Ja, diese Soundbar, Soundbar, Soundbärchen, das klingt wobei zu niedlich. Also es ist nicht wirklich prall, muss man ganz klar sagen. Damit würde ich auch nicht werben. Jetzt wird mir auch klar, warum Huawei davon immer drei Dinger hinstellt. Wobei, das ist es ja auch, das habe ich ja auch nachgefragt und herausgefunden, man kann die da nicht zusammenschließen. Ich kann halt drei Monitore und da dann so einen schönen Surround, also so richtig breiten Sichtfelden, wir schaffen. Aber aus jedem Lautsprecher kommt der gleiche Ton. Aber ich kann das nicht vernünftig zusammenschließen, so als 2.1 oder sowas. Nein, was ich aber sagen will, für einen Monitor-Lautsprecher klingt die Soundbar okay, aber es reicht, um mal kurz ein Video mitzugucken. Ja, aber wer jetzt denkt, gerade weil es ein Gaming-Monitor ist, ich gucke mal, ob ich was abspielen kann. Das ist jetzt volle Möhre. Das klingt noch okay für ein Video. Aber spielen damit? Nein. Zumindest, wenn es halt spielen spielen ist. Da klafft einfach diese Diskrepanz aus, wir machen einen fetten, großen Curved 165 Hertz Gaming-Monitor, mit dem du wie auch immer toll zocken kannst. Aber wir geben dir den Klang, der aus unserer Soundbar rauskommt, wo jeder 10 Euro Bluetooth-Lautsprecher nicht schlechter klingt. Darauf will ich hinaus. Ich selber habe ja hier mein Aspach-uhraltes Logitech 2.1-Soundsystem. Da liegen Welten zwischen. Oder wir hatten den Mini-LED-Fernseher von TCL jetzt unten nochmal mit der Soundbar. Das ist nicht mal, also klar, das kann man von der Soundbar-Größe nicht vergleichen. Daher waren 60 Watt, hier sind 10 Watt. Da merkt man, oder 2 mal 5 Watt, da merkt man einfach die krasse Diskrepanz. Also zocken damit, man wird enttäuscht. Wer jetzt denkt, ich kaufe mir eine eierlegende Wollmilchsau, da habe ich den Sound auch direkt mit, da brauche ich keine externen Lautsprecherboxen. Nein. Jedes 20 Jahre, 25, 30 Jahre alte S-Com-PC-Lautsprecher-Set oder von mir aus auch von Phobis klingt besser als diese Soundbar. Das will ich damit sagen. Die ist okay für, ich habe halt ein bisschen Lautsprecher im Monitor, aber es ist nichts, was ansatzweise irgendwas, ein Gaming-Headset ersetzt oder irgendwie Freude aufkommen lässt im Sinne von Sound. Das möchte ich einfach so knallhart rüberbringen. Wie gesagt, das Leuchten hatten wir. Die Soundbar ist aber auch gleichzeitig eine Touchbar. Ihr seht das hier vielleicht. Ich kann damit die Lautstärke steuern. Vor allem kann ich auch einfach drauf tippen. Ich muss nicht dieses Touchbar-mäßig rauf und runter wischen, sondern ich kann auch einfach irgendwo hin drücken. Das gefällt mir sehr gut. Auch die Farben mit den Sachen. Ich würde mir hier vielleicht so eine Ambilight-Steuerung wünschen, wo man es noch besser anbinden kann oder so. Oder mit der Tastatur synchronisieren. Da ist bestimmt noch viel Luft nach oben, was man da noch mitbauen könnte, wenn Huawei, Huawei in diese RGB-Color-Gaming-Atmosphären-Nummer geht. Da fallen mir bestimmt noch ein Dutzend Sachen ein. Aber ja, also man kann es ja auch deaktivieren. Aber von der Lautstärkenbedienung, ja okay. Wenn man halt nicht, wie ich jetzt hier mit einer G910 noch ein Rädchen habe, um auch noch die Lautstärke zu steuern. Aber da rumtatschen hat ja auch was. So, hat das Ding sonst noch was Besonderes? Ich meine, Mikrofon hatten wir erwähnt, Webcam haben wir nicht. Für den Office-Einsatz, Bildqualität ausreichend besprochen, Lautsprecher auch. Damit sind wir jetzt durch. Jetzt kommen wir zum Preis. Deswegen hatte ich ja eben mal die ganzen Seiten offen. Weil Huawei selber sagt, vertickt die natürlich auch immer wieder im Bundle oder irgend so was mit. Ne, anderes Ding. Jetzt kommt man wieder, wenn man nicht alle Monitor-Sachen gleichzeitig hat. Huawei sagt selber, UVP waren 550 Euro. Jetzt fehlt mir da irgendwie so viel Monitor-Markterfahrung habe ich da nicht, um dann vernünftig zu sagen, 550 für so einen Monitor geht in Ordnung. Ich komme von meinen 24-Zoll-4K-Dingern, konnte das da so ein bisschen einordnen. 550, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, geht jetzt aus dem Bauch aus, würde ich ja sagen, in Ordnung. Natürlich hätte ich mir 2.1 gewünscht, aber naja. So, jetzt geht aber Huawei hin eigentlich schon vorm Start und vertickt die Dinger bei sich oder bei Amazon. Einfach jetzt mal rumgeguckt. Für 490 Euro. Sind wir bei unter 500 Euro für 34 Zoll Gaming oder für so? Ja. Jetzt muss man aber noch ein bisschen die Euglein aufmachen, weil Huawei bundelt ja das Zeug. Mit Uhren, mit Kopfhörern und was nicht alles. Hier sage ich nur, für 520 Euro, 30 Euro Aufpreis gibt es Huawei Freebuds G Pro. Die kriegt man wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal, für ein Hunderter vielleicht vertickt. Ich zahle 30 mehr, dann habe ich 70, machen wir 75 Profit. So für Rangy-Style, dann bin ich bei 415, 420. Der Monitor geht Richtung 400. Wird natürlich darüber mit Arbeit, sage ich jetzt mal, noch mal subventioniert. Sorgt aber, warum macht Huawei sowas? Hat natürlich auch die Verkaufszahlen von anderen Produkten hoch. Wenn sie nicht nur ein Monitor verkaufen, sondern noch eine Uhr dazu oder ein Tablet oder Kopfhörer, dann haben sie halt für, verticken sie halt zwei. Sind Absatzteilen, freuen die sich auch. Macht nicht nur Huawei, machen alle anderen Hersteller auch. Ist aber bei Huawei gerade, weil sie ja bei den Smartphones so gekniffen sind und alle anderen Bereiche versuchen Fuß zu fassen und hochzukommen. Und sie sind ja auf einem guten Weg. So, also was wollte ich sagen? Preisrichtung 400, motze ich da nicht rum. Ich sage aber, wie gesagt, habt im Hinterkopf, worauf ihr euch einlässt, mit den 110, 100 ppi irgendwo in diesem Bereich genug Abstand haben. Dann kann man sich das vielleicht mal überlegen, wenn man denn auf der Suche ist nach so einem großen Monitor mit so viel Herz oder sowas. Und wie gesagt, mit der Soundbar nette Dreingabe, Erwartungen, nein, 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 nein. So, mit den Anschlüssen, Zubehör und Verarbeitungsqualität, motze ich nicht. Sind wir jetzt alles durchgegangen. Ja, das soll es gewesen sein. Vielleicht noch so abschließend. Das ist hier nach wie vor auch die, auch wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, der zweite oder dritte Monitor von Huawei ist. Es ist aber auch hier wieder, sage ich jetzt mal, erste Generation. Ich denke, Huawei hat die finanziellen Mittel, auch nach zwei Jahren Ami-Sanktionen, um wie auch immer in diesen Markt reinzukommen. Und wenn einer gezeigt hat, wie viele Jahre sie am Ball bleiben können. Die haben ja auch nicht von Anfang an super duper Smartphones gebaut. Nee, das war ja ein Prozess. Ich bin mal sehr gespannt, wenn Huawei, nicht nur bei den Monitoren, auch bei den Rechnern, wo sie ja schon mal eigentlich drei Jahre Vorsprung haben, was die da auch für tolle Dinger inzwischen bauen. Bin mal sehr gespannt, wenn die das gleiche, den gleichen Elan hier bei den Monitoren hinstecken. Dann vielleicht im Hinterkopf haben, ne? Nächstes Jahr vielleicht eine zweite Version, GT2, GT3, wie auch immer. Dann bin ich sehr sicher, dass da ziemlich krasses Zeug noch kommen wird. Also jetzt nicht nur im Monitor-Segment, sondern auch in anderen Sachen, das vielleicht so im Hinterkopf haben. Aber es ist jetzt auch hier nicht so, dass Huawei direkt den Monitor revolutioniert oder hier etwas baut, was man sonst wo noch nie irgendwo bekommen hat. Keine Ahnung, was Asus, MSI oder wie auch immer, sind jetzt die, die mir bei Gaming-Monitoren vielleicht noch einfallen, was die da abliefern können. Oder LG hatten wir ja auch, ne? Wobei die LG-Dinger, da sind wir ja auch preislich nochmal in krass anderen Regionen bisher gewesen. Aber so, das ist alles, was mir zum Huawei MateView GT einfällt. Zum achten Mal jetzt. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!